Ja, da ist unser Trainer Mirko Slomka. Herzlich Willkommen und er wird uns jetzt sicherlich die ersten Informationen geben, wie mit dem aktuellen Stand unserer Mannschaft, wie es da aussieht. Ja, wir haben ja leider eine neue Verletzung in dieser Woche gehabt bei Markus Müller. Die, die heute auf dem Platz waren, haben gesehen, dass Marcel Maluk mit trainiert hat von der U23, der Torhüter, dass wir natürlich im Training dann auch entsprechend versorgt sind. Das wird auch zunächst mal so bleiben und Ron-Robert Zieler wird natürlich dadurch in den Kader rutschen. Das ist klar. Ansonsten gibt es keinerlei neue Erkenntnisse, was die Verletzung aus der letzten Woche angeht oder auch etwas Neues. Also die Spieler, die letzte Woche zur Verfügung standen, stehen auch in dieser Woche wieder zur Verfügung. Dann gleich Zeit für Ihre Fragen. Herr Slomka, die letzten vier Spiele gegen Borussia Mönchengladbach gingen aus 96 Sicht. Jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken. 2 zu 3, 5 zu 1, 3 zu 5 und 6 zu 1 aus. 26 Tore, ganz schön viele in vier Spielen. Woran liegt das? Beide Mannschaften haben wahrscheinlich defensiv nicht so gut gestanden, könnte sein. Aber das letzte Spiel war ja 6 zu 1 für uns. Also da war vielleicht auch eine starke Offensive mit im Spiel und vielleicht unkonzentriert halten in der Defensive bei den Gladbachern. Fakt ist, dass wir, glaube ich, aktuell, was die Gegentore angeht, uns im Mittelfeld der Bundesliga bewegen. Das könnte besser sein. Wir haben auch viele Tore kassiert, aber natürlich nicht so viele wie die Borussia mit 40 in dieser Saison. Aber das ist eine ganze Menge. Und wenn man dazu noch betrachtet, dass 34 von diesen 40 innerhalb des Strafraums zustande gekommen sind, dann ist das sicherlich auch ein Alarmsignal für Michael Fronzek. Deswegen sicherlich auch das Trainingslager, was sie jetzt absolviert haben, um daran zu arbeiten. Und für uns gilt einfach trotzdem zu versuchen, die entscheidenden Faktoren herauszufiltern, die uns in gute Positionen bringen für Großchancen. Das haben wir jetzt versucht, soweit es ging. In den letzten zwei Trainingsanheiten war es ja eher so, dass wir 11 gegen 11 Situationen gespielt haben, weil wir auch denken, dass es aufgrund der klirrenden Kälte gerade gestern nicht möglich war, jetzt aus dem Stand viel zu machen und für die taktische Dinge anzuregen, ohne dass man sich bewegt. Aber das sah heute und zum Teil auch gestern ganz ordentlich aus, sodass wir natürlich versuchen wollen, die Anzahl der Gegentreffer der Gladbacher zu erhöhen. Sie sprechen die Kälte an. Sie waren heute Morgen mit dem Traktor auf dem Platz unterwegs. Wurden Sie da auch nochmal die Verhältnisse testen oder kam es dazu? Nein, wir fahren ja nicht mit dem Trecker über dem Platz am Samstag im Borussenpark. Wir haben ja seit heute Morgen, glaube ich, seit 7 Uhr waren die ja schon im Gang und es fehlte da noch eine kleine Ecke hinten am Tor, um den ganzen Platz geräumt zu bekommen und ich habe gedacht, das fährt nur ein Trecker. Einer stand noch, dann habe ich halt den zweiten genommen, aber ich hatte das falsche Netz, also es hätte nichts gebracht, darüber zu fahren. Es war also nur ein Netz, um die Kleinigkeiten abzuschieben und nicht erst einmal die große Fläche an Schnee und Eis zu beseitigen. Deswegen habe ich ihn gleich wieder abgestellt. Sonst geht es ja schneller mit zwei. Aber dafür war der Platz super, also absolut super. Das letzte Spiel in Mönchengladbach ging für Hannover 3 zu 5 verloren. Drei Eigentore, das war schon fast legendär in negativer Hinsicht. Sie waren damals noch nicht Trainer von Hannover. Wie haben Sie damals das Spiel verfolgt? Haben Sie, wie vielleicht viele neutrale Fans, geschmunzelt oder tat Ihnen Hannover Leid wegen so viel Pech? Also ich habe das Spiel zunächst mal gar nicht live verfolgt, sondern ich habe die Zusammenfassung gesehen und es waren ein paar kuriose Bilder dabei, aber das passiert im Fußball, das sollte nicht wieder vorkommen. Es war gerade kein guter Tag für den einen oder anderen Spieler, aber das ist für mich, für das Spiel am Samstag völlig belanglos. Also interessiert mich jetzt nicht, dass ich jetzt darüber nachdenken müsste und ich war auch nicht dabei. Da muss der Akku vielleicht etwas dazu sagen. Keine Ahnung. Also ich habe das jetzt bewusst so nicht vor Augen. Herr Slomka, also gab es keinerlei Anti-Eigentor-Training jetzt auch im Laufe der Woche nochmal? Nein. Mirko, wie, außer dass man wenigstens ein Tor mehr schießt als der Gegner, gewinnt man am Samstag in Gladbach? Ja, die Gladbacher sind, was ihre Offensive angeht, ja unheimlich gefährlich und produzieren ja immer wieder auch kuriose Ergebnisse und haben natürlich ganz besonders mit Marco Reus einen Spieler, der sehr schwer zu halten ist, der auch an fünf von sechs Kontratoren beteiligt war, der selber viermal getroffen hat, der außer Distanz stark ist, der im Sprint stark ist, im 1 gegen 1 Duell stark ist und sie haben dazu insgesamt auf allen vier Offensivpositionen, wenn sie denn taktisch so weiterspielen sollten, sehr gefährliche Spieler. Sie sind insbesondere eine Mannschaft, die aus dem Konter kommt, hier aber auch die zweitmeisten Weitschoß-Treffer erzielt hat und sowieso außer Distanz gefährlich sind, weil sie sehr gute Schützen haben. Aber ich denke, dass wir in den letzten Spielen gezeigt haben, wie intensiv wir an unserer Defensive arbeiten, nicht nur mit der Viererkette, sondern auch mit den Sechsern davor, mit den äußeren Spielern und auch die beiden Spitzen haben ja in vorderster Front schon viel damit zu tun, dass wir systematisch gegen den Gegner anspielen und das wird sich nicht besonders unterscheiden von dem letzten Spiel gegen Freiburg hier. Das wird sicherlich auch ein sehr kämpferisches Spiel werden von den Gladbachern. Ich meine, die gehen jetzt ins Trainingslager und die werden natürlich rauskommen und wollen endlich ihr erstes Heimspiel gewinnen in dieser Saison, das ist ja selbstverständlich und darauf müssen wir uns einfach einstellen, dass wir dagegen halten müssen, lange sicherlich auch die entscheidenden Zweikämpfe gewinnen sollten und ich glaube, je länger das Spiel dauert, umso größer werden unsere Chancen auch, dass die Gladbacher vielleicht ein wenig mehr öffnen, um halt diesen Sieg zu erzielen und dann müssen wir eiskalt zuschlagen, auch mit unserer Schnelligkeit, mit unserem Tempo, auch mit der Cleverness, die wir haben und vor allen Dingen auch mit einer, wie ich finde, mittlerweile sehr eingespielten, sehr disziplinierten Mannschaft, die wir auf den Platz stellen, auch wenn hier und da mal jemand ausfällt, die anderen übernehmen diese Rollen sofort, wie jetzt letzte Woche auf der Sechs, der Lars oder der Sophie und Schardt auf der rechten Seite und ich glaube, wir haben da einfach ein eingespieltes Team, wo die Automatismen immer besser funktionieren und wir dadurch einfach auch unsere Vorteile vielleicht erarbeiten können. Die Mannschaft Gibt es da keinen, der abhebt, der träumt? Wie handelt ihr das intern? Ja, auch da gibt es ja so kleine Momente. Gestern beispielsweise war ich ja nicht besonders einverstanden und zufrieden mit dem Training, mit dem Spiel, was wir gemacht haben. Auch wenn jetzt die vermeintliche ARF das Spiel gewonnen hat mit 2 zu 1, heute ja mit 3 zu 1, so war ich trotzdem nicht zufrieden mit der Einstellung, mit der Leistung, mit der Bereitschaft auch, die Dinge wieder auf den Platz zu bringen, die uns stark gemacht haben. Und dann muss man schon auch das Einzelgespräch mal führen, um die Dinge auf den Punkt zu bringen und um auch wieder Konzentration einzufordern. Und dann merke ich aber, dass die Mannschaft da auch sehr konzentriert ist und die Dinge sofort einsieht und sagt, ja, wir dürfen nicht lockerlassen. Wir wollen auch jetzt wieder versuchen, Dreier zu machen und jedes Spiel so angehen. Auf der einen Seite, dass wir es gewinnen können, aber zumindest die Einstellung auf den Platz bringen, dass man sagen kann, wir haben alles versucht. Und das muss passen. Und wenn das nicht passt bei allen Spielern, die auf dem Platz und auf der Bank dabei sind, dann wird es schwer, diese Serie zu halten. Aber es ist auch kein Problem, also in Dortmund darf keiner das Wort mit M sagen, es ist auch kein Problem, wenn ein Didier Jakonan sagt, er möchte gerne in der Europa League spielen. Nein, nein, damit habe ich gar kein Problem. Gerade bei Didier oder auch bei anderen Spielern, wenn sie dann auch eine Spitzenleistung bringen, die nach Europa führt, ist alles gut. Und ich finde auch, dass die Fans durchaus davon träumen können und die Gedanken daran haben dürfen, wie die Spieler auch, nur die Leistung muss stimmen. Also nicht nur Sprüche machen, sondern dann auch entsprechend auf dem Platz sich darstellen und sich engagieren für die Mannschaft und alles versuchen, auch mal ein Spiel zu drehen und so. Also all die Dinge, die verkörpert natürlich gerade mal so ein Didier Jakonan mit seiner Spielweise auch. Und deswegen darf er das gerne sagen. Er spielt jetzt zwar nicht, er ist auch nicht im Kader, aber der Moa kommt heute wieder aus Ägypten. Ich denke mal, du hast von ihm auch während der Woche was gehört. Wie geht es ihm? Hat ihm die Sonne und das Meer gut getan? Ja, da bin ich sicher, dass das so gut funktioniert hat, wie wir das erhofft haben. Gut, er wird jetzt nicht zurückkehren und alles ist wieder gut. Aber ich glaube, es war eine gute Maßnahme, ihm mal diese Pause zu gönnen und vor allem seinem Körper diese Ruhe zu geben. Manchmal ist es ja so, dass solche Krankheiten oder Verletzungen auch kommen, weil der Körper einfach sagt, stopp, jetzt geht es nicht mehr weiter. Und wir haben das einfach zum Anlass genommen, die letzten Tage, wo er hier war und die Wochen, wo er hier war, immer wieder Rückschläge erleiden musste, ihn wegzuschicken. Jetzt kommt er wieder, wird hier wieder ins Training einsteigen und ich habe mir von ihm gewünscht, dass er an den letzten zwei Spieltagen nochmal für uns voll dabei ist. Und darauf hoffe ich auch weiterhin. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, sehen wir uns am kommenden Samstag in Gladbach im Borussia-Park. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020